Die Stimme ist unser Markenzeichen. Sie verrät viel über unsere Gefühle, die Stimmung, Nervosität. Man kann mit ihr Spitzensport betreiben oder sie einfach im Alltag verwenden. Nicht nur für die Sängerin ist ein Leben ohne Stimme undenkbar. Ich glaube, es wird mir alles fehlen, weil ich meine Stimme brauche, um zu singen, um zu sprechen, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ich rede sehr viel und sehr gerne, weil es für mich als Armutszüge ist, wenn ich nicht mehr reden könnte. Als Vater von drei Kindern und zwei Enkelkinder braucht man schon eine Stimme. Ich glaube nicht, dass die Schweiz viele Alternativen jobmäßig anbietet, wenn man keine Stimme hat. Es geht uns allen gleich. Wir wollen gehört werden. Und ohne Stimme sind wir ziemlich verloren. Die Stimme ist unsere Visitenkarte, mit der wollen wir andere beeindrucken und überzeugen. Und wenn sie weg ist, merken wir erst, was sie wert ist. Das Requiem von Giuseppe Verdi. Wer das singen kann, weiss, wie man die Stimmbänder managt. Julia Schivova ist Sopranistin und Kabarettistin. Sie selbst bezeichnet sich als Singfluencerin. Und als Stimmcoach arbeitet sie mit Menschen, die ihre Stimmen falsch benutzen. Standinganga für Julia Schivova. Zurufe die sich vom Abend in der Garderobe verabredet. Hoi, Julia. Hoi. Herzliche Gratulation. Ich muss wirklich sagen, ich fand es einen tollen, beeindruckenden, berührenden Abend. Ich nehme an, es ist wahnsinnig anstrengend für dich. Ja, es ist mega anstrengend. Wem ist es strenger? Für dich als Sängerin mit der ganzen Konzentration oder einfach physisch für die Stimmwände? Für beide. Es ist für die Stimmbänder eine Riesenbelastung. Er hat einen richtigen Kraftakt. Man kann das schon mit Sport vergleichen. Die sind so kleine Stimmbänder. Die sind 1,5 cm vielleicht. Die müssen das einfach aushalten. Über ein ganzes Orchester und ein Chor sind 150 Leute drüber. Das ist eine enorme Herausforderung, das hat man auch gemerkt. Das kannst du wahrscheinlich nur, wenn du topfit bist. Was gefährdet deine Gesundheit, deine Stimme am meisten? Es hat etwas gezogen dort oben. Ist das wirklich schwierig für die Stimme? Ja, schon jedes Schnüpfel würde mich ausser Gefecht sein. Jetzt für so ein Werk. Wenn ich andere Dinge mache im Showbusiness, dann kann ich auch noch länger singen. Aber da muss ich wirklich topfit fit sein. Ich muss hoch, fein hoch, laut, tief und total flexibel sein mit der Stimme. Und ja, da muss ich schon recht schauen. Kann man gurgeln? Kann man irgendetwas machen, was ich sehe? Ich mache viele Randstimmübungen. Das sind die Stimmübungen, die nur die Ränder der Stimmbänder oder sogar nur die Schleimhaut schwingen. Das sind so ... Ernsthaft jetzt? Wo machst du das? Im Mikro an der Kasse? Ja, ich spiele das überall. Ich spiele davon, dass ich nicht mehr drauf eingeseinigt habe. Was passiert eigentlich im Kehlkopf, wenn Opernsängerinnen singen? Julia Schivowa will es genau wissen. Sie reist nach Freiburg im Breisgau. Denn hier im Freiburger Institut für Musikermedizin können Stimmen sichtbar gemacht werden. Für Sängerinnen wie Julia eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Meine Schwäche kenne ich eigentlich ganz gut. Es ist eher die Höhe. Aber es würde mich erstaunen, wenn etwas ganz Neues rauskommt. Etwas Schönes. Das wäre es noch besser. Ich glaube, ich gehe gerade rein. Hallo Frau Schivowa. Freut mich sehr. Stimmforscher Bernhard Richter hat die Stimmen von über 50 Opernsängerinnen und Opernsängern untersucht. Jetzt ist die Sopranistin Julia Schivowa an der Reihe. Vielen Dank. Und jetzt bitte mal ganz in Ruhe nur atmen. Jawohl. Und Sie sagen jetzt bitte mal hier. Ja, bitte auf hier. Super, machen Sie das. Sehr schön. Und noch mal bitte. Und jetzt können Sie schon diese weißlichen Gebilde sehen. Das sind Ihre Stimmlippen, ja. Die kommen schön zusammen und schwingen auch sehr schön. Sie sehen jetzt auch hier in der Stroboskopie und die ist also alles bester Ordnung, so wie es sein soll, ja. Damit Stimme überhaupt entsteht, braucht es zusätzlich zu den Stimmlippen noch zwei weitere Körperteile. Den Atemtrakt und den Rachen- und Mundraum. Nur wenn diese drei Teile zusammen harmonieren, erklingt eine kraftvolle, gesunde Stimme. Und das passiert wie folgt. Atmen wir aus, strömt Luft aus den Lungen Richtung Mund. Dieser Luftstrom trifft im Kehlkopf auf die geschlossenen Stimmlippen. Dort baut sich ein Druck auf, solange bis dieser die Spannung der Lippen überwindet und diese auseinanderdrängt. Diesen Druck unterhalb der Stimmlippen nennt man den subglottischen Druck. In diesem Hochgeschwindigkeitsvideo sieht man, wie die Stimmlippen durch den Luftdruck in Schwingung geraten. Dadurch entsteht ein eigenartiger Grundton, der für uns noch fremd klingt. Erst im Vokaltrakt, im Raum oberhalb des Kehlkopfes bis zum Mund, wird der Grundton zu Vokalen oder Konsonanten geformt. Die Zunge, der Gaumen und die Lippen modulieren den Grundton, der schlussendlich zur Stimme wird. Damit Stimme entsteht, braucht es also alle drei Körperteile. Sie können es ein bisschen mit einer Trompete vergleichen. Dort haben Sie auch ein Mundstück. Sie müssen das Mundstück hineinblasen ins Mundstück. Dann vibrieren die Lippen. Und Sie haben das Instrument, was hinter dem Mundstück ist. Erst dann klingt es nach Trompete. Also der Klang, den wir von einer Stimme hören, ist durch die drei Elemente aufgebaut. Aber alle drei Elemente sind gleich wichtig. Also wir fangen an mit... Bernhard Richter misst nun das sogenannte Singstimmfeld von Julia Schivowa. Das heißt, er zeichnet die tiefen, hohen, leisen und lauten Töne ihrer Stimme auf. Und von dem her gehen wir jetzt bitte nach oben. Wunderbar. Ja, das war schon die... Die Profisängerin hat ein sehr umfangreiches Singstimmfeld. Bei jemandem, der Probleme mit der Stimme hat, sähe dies ganz anders aus. Jemand, der geschwollene Stimmlippen hat, der kann nicht sehr leise. Der braucht viel Kraft, letztendlich, also viel Anblasdruck, bis ein Ton entsteht. Das würde man da sehen können. Auch eine gelähmte Stimmlippe würde man bei dieser Messung sofort erkennen. Denn bei einer Lähmung bleibt der Spalt zwischen den Stimmlippen leicht geöffnet. Was bedeutet, dass die Luft ohne Gegendruck permanent entweicht. Fehlt also der Druck, weil die Lippen nicht schliessen, ist der Grundton gestört. Die Folge, die Stimme klingt wie ein Hauchen. Verändert sich unsere Stimme, sind folgende drei Gründe am häufigsten. Atmen wir falsch und der Druck auf die Stimmlippen ist zu hoch, dann kommt es zu einer funktionellen Stimmstörung. Sind unsere Stimmlippen krank, z.B. durch Polypen, eine Entzündung oder Lähmung, dann nennt sich das organische Stimmstörung. Und bei hohem psychischem Stress kann die Stimme plötzlich ganz wegbleiben. Dann reden Ärzte von einer psychogenen Stimmstörung. Für die letzte Untersuchung muss Julia im Magnetresonanz-Tomografen singen. Das Gerät macht dabei den Mundraum sichtbar. Das sieht man natürlich ganz gut. Dann sehen Sie schon die deutlichen Veränderungen auch der Position, insbesondere des Kehlkopfes. Das ist ja total spannend. Für die Sängerin ein interessanter Einblick in ihr wichtigstes Instrument. Es bringt mir eigentlich eine Erfahrung mehr mit meiner Stimme. Dann sehe ich, was ich mache, ich höre den Ton dazu. Dann höre ich einerseits, finde ich, das ist gut gemacht. Und andererseits, wenn ich sehe, ah, da öffne ich etwas, da mache ich etwas höher, tiefer. Wenn ich das weiss, dann kann ich das auch bewusster noch einmal einsetzen. Mit dem Wissen, wie sich ihr Mundraum beim nächsten Konzert bewegt, macht sich Julia Schivowa auf den Heimweg zurück in die Schweiz. Mit dem Wissen, wie sie sich die Anliegen beantworten, mit dem Wissen, wie sie sich die Anliegen befinden. Haben Sie Fragen zu Ihrer Stimme? Unsere Fachleute beantworten ihre Anliegen noch bis 23 Uhr. Im PULS-Chat auf srf.ch//puls. Julia Schivova reist aus Freiburg an und ich hole sie am Bahnhof die Schlieren ab. Wir treffen uns hier, weil Julia ganz in der Nähe als Stimmcoach arbeitet. Zusammen machen wir uns auf den Weg ins Therapiezentrum. Im Verkehrslärm gebe ich beim Reden mehr Druck auf meine Stimmbänder. Kann das schon der Anfang einer Stimmstörung sein? Ja. Sagen wir mal eben, man ist im Lärm. Dann muss man etwas mehr geben. Man merkt es gar nicht. Man fängt einfach an, zusammenzuziehen, zusammenzuschnüren. Dann fängt man sich das mit der Zeit angewöhnen. Oder man ist z.B. in einem neuen Berufsumfeld. Plötzlich ist es irgendwie lärmiger oder es hat einfach neue Anforderungen. Dann fängt man das an und es tut sich selbstständig. Jetzt ist es etwas laut. Ich spreche sicher auch lärmiger, wenn ich normalerweise rede. Fallt dir irgendetwas auf, das man bei meiner Stimme korrigieren müsste? Nein. Gar nichts. Aber etwas weisst du noch nicht. Ich kann zwar gerade aussprechen, aber ich kann keinen Ton beim Singen halten. Bringt mir das hin? Das glaube ich noch nicht, Daniela. Das musst du mir zuerst zeigen. Ich würde das beweisen, dass es in den Zehennägel herumruggeln wird. Aber du sagst, man kann etwas machen. Ja, man kann sehr vieles machen. Ich bin gespannt. Ich habe noch niemanden getroffen, der keinen Ton singen konnte. Julia glaubt es mir zwar nicht, aber wenn ich meine Moderationen singen müsste, wäre ich, glaube ich, der Job bloß. Über meine Stimme habe ich eigentlich nie gross nachgedacht. Sie ist halt einfach da und ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit. Jetzt möchte ich aber doch mehr wissen über dieses wichtige Organ. Wäre meine Stimme weg, wäre es ein Albtraum. Das heisst, wenn ich am Morgen aufstehe, dann wäre es so, als hätte man ganz, ganz schlechten Handyempfang. Ich war mir nie bewusst, dass es so extrem einschneidend ist im Leben, wenn jemand die Stimme verlübt. Beide hatten sie verloren, ihre Stimmen, weil dieses kleine Körperteil, die Stimmlippen, nicht mehr richtig funktionierten. Meistens ist es eine grosse Irritation, wenn man mich das erste Mal gehört, am meisten am Telefon. Es fehlt wie der optische Eindruck, wie es mir geht. Und die Stimmen töten sehr weinerlich. Es töten, als wäre ich in einer grossen Krise. Und als käme das Telefon in einem ganz ungünstigen Moment. Vor vier Monaten sehen wir Esther Brechbühl das erste Mal. Sie leidet an einer Stimmstörung, einer sog. spasmodischen Dysphonie. Das heisst, ihr Nervensystem sendet willkürlich Signale an die Kehlkopfmuskeln. Dadurch zucken die Stimmlippen. Die Folge? Erstas Stimme klingt abgehackt. Die Mutter von zwei Kindern bekommt die ehrlichsten Rückmeldungen von den Kleinsten. Es ist so, dass Kinder sehr direktes Feedback geben. Also auch sehr direkt fragen, was hast du, was ist das? Wieso künstest du so komisch? Du nervst mit dieser Stimme, ist auch schon gekommen. Ich finde es anstrengend, dir zuzuhören. Also da sind Kinder sehr ehrlich im Feedback. Es ist auch nachvollziehbar und ich finde es auch völlig okay, dass sie das sagen. Markus Haller ist Fahndungsleiter bei der Kantonspolizei Aargau. Er leitet Einsätze via Funk. Gesucht werden zwei Täter. Killingasse. Vor ein paar Monaten konnte er nur noch flüstern, wegen einer gelähmten Stimmlippe. Für den Fahndungsleiter eine Katastrophe. Es kamen auch sehr viele Rückmeldungen von Funk. Nicht verstanden, wiederholen. Er hat es nochmals gesagt. Immer noch nicht verstanden, wiederholen. Irgendwann merkst du, jetzt bin ich am Anschlag. Es transferiert nicht. Wenn der Fahndungsleiter bestimmt auftritt, wissen die draussen natürlich, das führt zum Erfolg. Wir ziehen mit, wir tragen den Gedanken. Und wenn das eine scherbende Stimme ist, die untergeht, dann glaubt niemand mehr an Erfolg. Ich denke, das ist schon ein entscheidender Faktor. Man darf nicht ausser Acht lassen. Heute tönt Markus Hallers Stimme besser. Zuvor wäre eine Ansprache wie hier an dieser Militärübung beinahe unmöglich gewesen. Seine Sprachkraft fehlte überall, auch privat. Das meiste, was mir gefällt, ist die Stimmung. Die Stimme hat ja mit Stimmung zu tun. Wenn ich mit meiner Frau spreche, sei das böse oder überärgert, oder wenn ich ihr Lieben etwas sagen will, das war irgendwie nicht mehr möglich. Es ging alles nur so röchelnd und gleichmässig von sich. Und ich konnte gar nicht mehr modulieren mit der Stimme. Und das ist noch ganz speziell. Im Gespräch gibt man ja auch nonverbal. Oder auch, weil ich nur von der Tonlage, gibt man viel weiter. Und die Komponente war komplett ausgeschaltet. Markus Haller und Esther Brechbühl entschieden sich zu einer Stimmlippen-Operation. Hier, am Universitätsspital Zürich. Esther ist unterwegs zur OP. Diese wird jetzt dann gleich ambulant und ohne Narkose durchgeführt. Ich bin etwas aufgeregt. Ich habe ein wenig Respekt vor dem Eingriff. Aber ich hoffe wirklich, dass das jetzt der Anfang meiner neuen Stimme ist. Und wenn die Therapie anschlägt, wäre das etwas, was ich alle drei Monate machen würde. Das heisst, das wäre heute der Anfang einer neuen Routine. Der Arzt, der den Eingriff durchführt, bringt Esther Brechbühl in den OP-Raum. Dr. Dr. Hegemann, kennen Sie ja. Zuschauer sind dort nicht erwünscht, da die Injektion für die Patientin wegen des Würgereizes extrem unangenehm ist. Die große Aufgabe ist jetzt quasi, durch den Mund an das Zielorgan zu kommen. Das ist hier der Kehlkopf, der liegt ja tief hinter dem Zungengrund. Die Patientin muss dann selber die Zunge halten. Und zwar wirklich, ich sage immer, bis zum Knie ziehen. Sie atmet durch den Mund. Und ich kann dann wirklich mit einem starren Endoskop, was dann 90-Grad-Winkel hier in den Kehlkopf direkt hineinschauen, sehe die Stimmlippen, die Taschenfalten des Kehlkopfes und kann dann gezielt vier Injektionen vornehmen. Und in fünf Minuten ist das dann erledigt. Für die Behandlung der Fehlfunktionen verwendet Jörg Bohländer mit einer Botox und Hyaluronsäure. Beides Mittel aus der Schönheitsindustrie? Genau, weil wir Medikamente benutzen, die teilweise in der Schönheitschirurgie eingesetzt werden, wo sie in der Bahnhofstrasse meinetwegen noch ein Küppli dazukriegen. Bei uns gibt es kein Küppli. Das heisst, hier wird betäubt, wir machen da nichts im Gesicht, sondern es sind wirklich Eingriffe, die sind medizinisch indiziert. In den Muskeln von Esther Brechbühls Stimmlippen spritzt Jörg Bohländer Botox. Das Mittel bewirkt, dass ihre Lippen ruhiger und gleichmässiger schwingen. Markus Hallers gelähmte Stimmlippe füllt der Arzt mit Hyaluronsäure. Wie ein Pneu wird die Stimmlippe damit aufgepumpt. Der Spalt zwischen den Lippen kann so wieder schliessen. Die Stimme wird satter und lauter. Am Tag nach, als ich das erste Mal etwas sagte, das war wie Weihnachten, das ist gewaltig. Die nächste Stimme kommt wieder. Sie ist natürlich nicht super stark am Anfang, aber ein Riesenunterschied. Das war signifikant, das sind Welten. Markus Hallers Stimme klingt nicht wie früher. Und alle drei Monate muss er den Eingriff wiederholen, ein Leben lang. Denn der Körper baut das Hyaluron immer wieder ab. Vier Monate nach Esthers Eingriff. Gerade hat sie die zweite Injektion hinter sich. Die Botoxmenge wurde angepasst und die Stimmverbesserung ist im Vergleich zum ersten Mal im Dezember deutlich hörbar. 14. Dezember, ersten Tag nach dem Eingriff. Ich habe das Gefühl, es war besser, v.a. mit dem Stocken. Aber noch nicht ganz so, wie gewünscht. Es ist Ende März, gut zehn Tage nach dem Eingriff der zweiten Botox-Spritze. Und meine Stimme ist sehr viel besser. Ich bin sehr zufrieden im Vergleich zu vorher. Es sind Welten dazwischen. Ich werde sehr viel angesprochen von Leuten, die sagen, du hast deine Stimme wieder und es ist so schön, dich zu hören. Und das ist megaschön. Auch wenn ihre neue Stimme weniger stabil ist als die alte, für Esther Brechbühl ist ein grosser Teil an Lebensqualität zurückgekehrt. Unterwegs erzähle ich mit Julia, dass die Stimme wie ein Seismograph funktioniert. Veränderungen können ein Zeichen auch für schwere Krankheiten sein. Deshalb mache ich im Sing-Stimmzentrum zuerst ein Abstechen zur Ärztin und Stimm-Spezialistin Salome Zwicki. Danke. Bis nachher. Bis nachher. Grüezi. Daniela Lager, Puls. Ich bin mit Salome Zwicki verabredet. Ja. Grüezi, Frau Lager. Grüezi. Ja, mich auch. Wollen Sie gleich mitkommen, bitte? Wie schnell muss man tatsächlich etwas unternehmen, wenn sich die Stimme verändert? So, bitte schön, nehmen Sie Platz. Frau Zwicki, jetzt haben viele hier in den letzten Wintermöhnung Verkältungen gehabt, haut einem auch auf die Stimme. Wegen ein bisschen Heissenkeit geht man ja normalerweise nicht zum Doktor. Wann soll man Sie als Ärztin trotzdem aufsuchen bei Stimmproblemen? Es gibt eine Regel, die sagt, wenn eine Stimmstörung länger als drei Wochen dauert, sollte man es mal anschauen lassen. Säme Zwicki-Bec ist Spezialistin für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten und sie therapiert Stimmstörungen. Die Stimme kann ja auch ein Frühwarnsystem sein, das einem z.B. Krankheiten wie Parkinson oder ALS könnte anzeigen. In dieser Richtung wird im Moment intensiv geforscht. Was halten Sie von dem, die Stimme als Seismograph für Krankheiten? Das Allerwichtigste ist, dass man einen Krebs an der Stimmstörung erkennen kann, wenn der primäre Tumor am Stimmband ist, was er häufig ist. Darum gibt es auch diese 3-Wochen-Regeln, warum man nach 3 Wochen Stimmstörung abklären soll. Das andere ist, dass man die Messungen, wo man Stimmklänge analysiert, elektroakustisch. Und da gibt es wahrscheinlich schon Hinweise auf gewisse Sachen, hauptsächlich eigentlich auf die Art und Weise, wie ein Stimmband schliesst. Also, wie viel Luft das durchgeht, in welcher Zeit, wie die Regelmässigkeit der Schwingung ist. Und da denke ich schon, dass man gewisse Sachen erkennen kann. Frau Zwicki, wenn Sie nervös sind, was passiert mit Ihrer Stimme? Passiert etwas? Ja, sie wird so etwas unsicherer und vielleicht etwas höher. Okay. Als ich normal rede. Dann ist die Trockenheit im Mund, die bei der Stimmgebung stört. Aber am besten etwas höher und etwas weniger klar geführt. Kennen Sie diese Situation? Sie haben den Text tausendmal geübt. Vor läutend versagt dann aber die Stimme. Der Mund wird trocken und das Herz schlägt bis zum Hals. Was tun bei Lampenfieber? Wenn man total nervös ist vor dem Auftritt und es geht alles zu, die Kehle geht zu. Den Zustand nicht bekämpfen. Es geht auch mit pochendem Herz. Die Nase-Nasenatmung geht so. Ich schläge vier Schläge lang durch das eine Nasenloch einatmung. Dann halte ich beide Nasenlöcher zu. Ich schläge auf vier Zählen und die Atmung an und dann durch das andere Nasenloch aus. Und jetzt geht es weiter. Ich schläge sieben, sechs, sieben, acht. Ich mache auch mal etwa bis 13. Und dann kann ich relativ schnell innerhalb von ein paar Minuten meine Atmung, meinen Puls auch oben abholen. Wenn ich Lampenfieber habe, finde ich es ganz wichtig, dass ich meine Aufmerksamkeit immer auf meine Tätigkeit richte. Ich schläge sie ganz runter. Was ist mein Thema? Jetzt entspanne ich kurz meine Schultern, eins ums Nächste, Schritt für Schritt zu gehen. Julia und ich sind schon zu mitten im Coaching. Ich habe ihr verraten, dass ein Happy Birthday in geselliger Runde ein Horror ist für mich. Wollen wir das mal zusammen singen? Okay, also. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Barschen. Irgendwas. Furchtbar. Was? Was ist jetzt furchtbar? Es hat jeden Ton gestimmt. Nein, nein, nein. Es klingt wirklich schrecklich. Ich weiss nicht, wie es geht, aber unten. Happy Birthday. Das spürt man so. Irgendwie eine Resonanz. Und wenn wir jetzt noch einen höheren nehmen. Dann nehmen wir noch mal. Happy Birthday to you. Wo ist das? Das ist da. Ist da? Oder ist vielleicht sogar, könnte es noch höher sein? Also, kannst du so gehen essen, so uh! Nein. Nicht? Nein, kann ich nicht. Aber wenn du uh machst, so juhu, juhu. Eben, ja. Es sieht aus, als könnte ich physisch höhe Töne korrekt singen. Aber mein Kopf ruht es nicht. Und es ist tatsächlich so. Tiefe Stimmen gefallen mir extrem viel besser. Ich bin Willi, wir sind zwei angehende Ärzte und checken für euch die Wirkung von Stimmen aus. Genau. Wenn jemand anders klingt, als wir es gewohnt sind, dann nehmen wir die Person ganz anders wahr. Jetzt kann man sich fragen, wieso jemand so anders wirkt, wenn er anders klingt. Ich sehe ja immer noch gleich aus und der Inhalt meiner Worte oder meiner Aussprache mit Dialekt ist immer noch gleich. Stimmen ist aber eine wichtige Dimension unserer Identität. Wir gewöhnen uns daran, wie jemand klingt, was für eine Stimmhöhe er oder sie hat. Wie hoch unsere Stimme klingt, ist auch stark durch soziale Erwartungen und Konventionen geprägt. Am deutlichsten zeigt sich das bei Frauen. Studien aus verschiedenen Ländern, von Australien über Deutschland bis in die USA, zeigen, dass Frauenstimmen in den letzten Jahrzehnten im Schnitt tiefer sind geworden. Der Unterschied zwischen Männern und Frauenstimmen ist nicht mehr eine Oktave, sondern nur eine Quint. Der Frequenzunterschied ist also nur noch halb so gross. Wieso, ist schwierig zu sagen. Es gibt Hinweisen, dass Frauen, die tiefer reden, mehr verdienen und einen höheren Status haben. Wir assoziieren tiefere Stimmen mit mehr Durchsetzungskraft und Dominanz. Das heisst, wir wählen eher Politikerinnen und Politiker oder CEOs, die tiefer reden. Das ist sogar im Tierreichen so. Dominante Exemplare geben tieferere Lauten von sich als die, die weniger zu sagen haben in Gruppen. Bei Frauen werden höhere Stimmen offenbar als attraktiver eingeschätzt. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Sie sollten also nicht ganz tief und auch nicht ganz hoch reden. Bei Frauen, wenn sobald die Stimme zu hoch ist, finde ich es eher unangenehm. Bei diesen Frauen finde ich die höhere Stimmen schöner. Also irgendwie noch schwierig, oder? Ja, voll. Ein Hinweis auf das ist auch eine Studie, die zeigt, dass Frauen tendenziell eine höhere Stimme brauchen, wenn ihnen ein Mann gefällt. Männerstimmen hingegen wirken attraktiver, wenn sie tiefer sind. Hello? What up, baby? What the fuck? Tja, bei der Stimme sind klischierte Stereotype noch ganz tief verankert. Die Höhe der eigenen Stimmen kann man auch ganz ohne Gas verändern. Und zwar mit erstens Stimmtraining. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Margaret Thatcher, eine Premierministerin von Grossbritannien aus den 80er Jahren. Im Verlauf ihrer Karriere hat sie ihre Stimme deutlich abgesenkt. Wir haben sie zwar auch nicht gekannt, aber die Videoaufnahmen von ihr sind der Schritt. I've done a good deal a lot of speaking. I think we shall have to make up our minds about the cabinet, very quickly. Ziel eines Stimmtrainingen ist, dass du möglichst natürlich redest und ohne besonders Kraftaufwand. Also weniger kopfig, weniger mit Druck, mehr mit Körper und Resonanz. Das braucht natürlich Übung und Selbstbeobachtung, bringt aber erstaunliche Resultate. This is trans voice training for dummies. This is a five-step process, starting from a voice that sounds like this. Mit ihrer eigenen Stimme zufrieden sein, ist gar nicht so einfach. Besonders wenn man sie durchgehört auf Sprachnachrichten oder in den Videos. Auf Aufnahmen habe ich das Gefühl, ich kenne sehr hoch und so wenig, ich würde noch einen sonoreren Klang wünschen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Stimme zu tief ist. Seine eigene Stimme gehört, das klingt einfach ein bisschen komisch. Eigentlich wird es ein bisschen tiefer, aber so ein bisschen voller, dass man so, wenn man redet, wie der Raum ausfüllt. Neben der Stimme Höhe kann man auch die Stimme Qualität verändern. Auch das hat Einfluss auf die Wirkung. Man kann z.B. ganz presse oder ganz nassal sprechen. Oder man spricht mit so einer Knallstimme. In den USA ist es ziemlich im Trend. Man sagt auch Walker Fry oder Creaky Voice. What can I get you? I'd like a large coffee. Okay, so hot coffee. Hot coffee. Okay, room for cream. Totally leave room for cream. Why are you talking like that? Wie gesagt, wie wir sprechen, ist nicht nur von Biologie, sondern auch von Trends abhängig. Offenbar macht man mit einer Creaky Voice einen so einen klangwilligen und coolen Eindruck. Schon sehr cool, nicht wahr? Äh, bleibt cool und tschüss zusammen. Julia, sag mal das Vocal Fry. Ist das ein Problem für die Stimme? Also wenn man so ... Ja, genau. Nein, wenn man das sehr entspannt macht, ist das überhaupt kein Problem. Das ist einfach so ... Hast du das auch schon gemacht? Dann sollte man einfach nicht zusammendrücken, sozusagen, oder die Stimme lippern. Sondern mit Luft, eigentlich mit einem Luftdurchfluss. Dann ist das kein Problem. Ich habe das Gefühl, dass es vor allem Frauen sind, die mit ihrer Stimme nicht happy sind. Ist das die teusste Eindruck? Ja, ich denke, dass einfach tiefe Stimmen sind einfach besser gewertet, vielleicht. Ja. Warum denn das? Ich glaube, so vertrauensvoll. Ich glaube, es gibt ja auch irgendwelche Studien, dass man tatsächlich den Leuten mehr vertraut, wenn sie tiefere Stimmen hat, sie für kompetenter halten. Und dass wir jetzt einfach als Frauen die höhere Stimmen mal von Natur aus haben, ist das vielleicht jetzt mehr ein Thema geworden, dass man dann auch seine Stimme künstlich senkt. Das sieht man aber bei den Männern genauso. Sie schämen sich einfach nicht dafür. Okay. Also spannende Informationen, wo auch ich wieder einiges mitnehmen kann. Julia, ich möchte dir ganz herzlich danken. Nein, 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 nein. Jetzt machen wir doch noch die Übung, oder? Weisst du, wo man so durch die Registen durchgeht? Komm, Daniela, jetzt fangen wir in dieser Lage an, die angenehm ist. Warte, schnell. Jetzt verabschiedert sich das Publikum, dass die sich das nicht tun müssen. Das wäre es gewesen. Noch nicht für mich, aber für Sie zu Hause. Da geht es jetzt weiter mit dem 10v10 und anschliessend den ECO-Tag. Und wenn man jetzt hier noch ein paar Sekunden hört, wer will, kann mitsingen zu Hause. Oder auch weglassen. Ade und tschüss. Bleibt Sie gesund. Hey! Super! Okay.